Sitzen zwei Steirer auf einem Hochstand und schauen so und schauen so und sagt der eine, schau mal, da unten hat sich was bewegt. Der andere nimmt sofort die Flinte und fetzt ins Unterholz. Braucht ein bisschen. Warten sie, dann gehen sie runter und sehen, beide Rucksäcke von ihnen liegen da unten, völlig durchlöckert, sagt der andere. Na, da haben wir Glück gehabt, wenn wir den Bogle gehabt hätten, wären wir da.